Ja, ich wurde hier von euch herausgefordert, meine eigene professionelle Webseite innerhalb von 5 Minuten zu erstellen. Früher wäre das undenkbar gewesen, aber dank der neuen KI kann man das eben machen. Und ich würde sagen, bevor wir viel Zeit verlieren, lass uns direkt anfangen. Der Timer läuft, 5 Minuten und ich zeige euch jetzt am PC, wie das geht. Ja, bevor es losgeht, brauchen wir natürlich einen Homepage-Baukasten. Ich habe euch unten im Video einen verlinkt. Das ist der größte Homepage-Baukasten da draußen, Wix. Der bietet uns damit die meisten Funktionen an. Und ich habe auch meine eigene Webseite hier, julianweber.com, damit erstellt und bin immer noch happy damit. Um da drauf zu kommen, einfach den ersten Link oben in der Videobeschreibung einfach draufklicken. Dann landet ihr hier auf dieser Seite. Da könnt ihr dann eure E-Mail bzw. Google und Facebook eingeben und euch anmelden. Das Ganze ist kostenlos. Und sobald ihr das gemacht habt, landet ihr hier auf dieser Seite. Und hier möchte die KI jetzt mit euch ein Interview führen. Das habe ich hier in so einem anderen Video gezeigt. Das dauert ein bisschen, da muss man ein paar Fragen beantworten. Und auf Basis dessen erstellt die KI eben dann die Seite für uns, alle Funktionen. Aber man kann das auch überspringen und später noch mit der KI kommunizieren. Das machen wir jetzt. Ich bleibe bei dem Thema, wie in dem anderen Video, Steuerberatung. Ich mache einfach eine Seite für mich als Steuerberater. Bin ich jetzt nicht, aber einfach nur, um euch ein Beispiel hier zu zeigen. Genau, dann lande ich hier in der Verwaltung. Und hier würde ich dann direkt mit dem Design der Webseite auch beginnen. Hier kann ich mir eine Vorlage auswählen. Und hier würde ich auf Finanzen und Recht gehen, weil hier gibt es eine schöne Vorlage für Steuerberater. Dann klicke ich hier oben einfach auf Webseite bearbeiten und lande dann gleich in dem Editor von Wix. Genau, und hier kann ich jetzt eben mit der KI einmal einen Prompt eingeben, und zwar was ich hier vorhabe. Und dann erstellt die mir automatisch die Texte, fügt die Bilder ein und ich muss die Seite eigentlich nur noch veröffentlichen. Ja, ich habe das jetzt hier mal eingegeben. Ich bin Julian Weber, Steuerberater aus Berlin-Mitte und biete Steuerberatung, Buchhaltung und Finanzdienstleistungen an. Website-Typ Steuerberater, Name der Website Steuerberatung Weber. Und dann kann ich die Texte generieren lassen. Und jetzt geht eben die KI hin und schreibt die Texte für mich. Dann kann ich hier ranzoomen und mir das Ganze angucken. Und zwar steht jetzt hier schon, ihr kompetenter Steuerberater in Berlin-Mitte. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Hier oben in der Kopfzeile müssen wir das noch einmal anpassen. Das hat er jetzt nicht gemacht, aber hier kann ich einfach reinklicken, auf Text bearbeiten und dann reinschreiben Julian Weber. Und dann, ich bin keine Steuerberaterin, sondern ein Steuerberater. Dann habe ich das angepasst. Jetzt würde ich den Button hier noch schöner machen, ein bisschen größer. Und hier müsste ich noch das Hintergrundbild verändern und zwar mein eigenes Bild nehmen. Da klicke ich einfach hier auf Bild. Dann kann ich hier Medien hochladen. Kann ich dann hier einfach zum Beispiel vom Desktop aus reinziehen. Hier unter Dateien. Dann wähle ich das aus und füge das ein. Und schon hat er mein Bild hier eingefügt. Jetzt haben wir die Kopfzeile angepasst. Mein Bild ist drin. Genau, hier hat er jetzt schon Texte eingefügt. Hier auch Steuerberatung, Jahresabschlüsse und Buchhaltung, Finanzplanung und Beratung. Also das passt schon wunderbar zum Thema Steuerberatung. Hier sind auch schon Kundenstimmen drin. Die könnte ich jetzt natürlich anpassen oder noch Bilder einfügen. Genau, was mir jetzt hier noch fehlt, ist ein Kontaktabschnitt. Da kann ich einfach drauf gehen. Dann auf Abschnitte, Kontakt und dann würde ich hier unten einen Kontaktabschnitt einfügen. Zum Beispiel diesen hier. Dann ist der da eingefügt. Genau, und da kann ich jetzt hingehen und eben hier noch meinen Standort eingeben. Berlin, Mitte. Dann müsste ich hier noch die Adresse genau eingeben und noch eben den Text von der Telefonnummer und die E-Mail. Habe ich jetzt nicht, aber das einfach kurz eingeben. Und hier sind auch schon Bilder mit drin, wenn ich die jetzt noch verändern will und noch coolere Bilder haben möchte, kann ich euch Adobe Firefly auch noch empfehlen. Das ist auch ganz cool. Hier habe ich zum Beispiel eingegeben, ich brauche ein Bild für meine Steuerberatungskanzlei, das visualisiert, dass wir für unsere Kunden Steuern sparen. Und das Bild finde ich schon relativ cool. Das ist tatsächlich kein echter Mensch, sondern einfach nur ein AI-Bild. Und dann kann ich hier hingehen und das Bild eben auch unter Hintergrundbild ändern. Das Bild hier einfach reinladen und schon ist das Bild hier mit drin. Und jetzt könnte ich hier nochmal unter Seiten gucken, was hier schon für Seiten drin sind. Also hier ist die Startseite, die Dienstleistung, die Über-mich-Seite. Die müsste ich jetzt natürlich noch anpassen, aber auch hier sind Texte schon vorformuliert. Ich müsste nur noch die Bilder anpassen. Die Kontaktseite brauche ich tatsächlich nicht. Die könnte ich jetzt löschen, weil ich ja den Kontakt schon hinzugefügt habe. Und hier ist noch Impressum und AGB. Hierfür gibt es Rechtstexter. Einfach mal googeln, Rechtstexter Generator. Das könnt ihr dann hier einfügen. Ich habe das jetzt für dieses Beispiel einfach mal mit ChatGTP gemacht und würde mir dieses Impressum hier einfach rauskopieren. An der Stelle, ich bin kein Anwalt und ChatGTP auch nicht. Also das müsstet ihr mit diesem professionellen Rechtstext dann machen. Ich könnte das jetzt hier einfügen, den Text. Das noch ein bisschen gerade ziehen und schon wäre der Text mit drin. Genau. Und dann haben wir eigentlich alle Seiten erstmal fertig. Die Homepage. Leute könnten uns kontaktieren. Das sieht aus, als wäre das meine Steuerberatung wäre. Wir können uns hier unter Vorschau das Ganze angucken. Genau. Und Leute könnten uns hier kontaktieren. Das Ganze ist auch schon mobil optimiert und sieht hier wunderbar eben auch auf Mobilgeräten aus. Ja. Und jetzt könnten wir eigentlich das Ganze einfach hier nur noch veröffentlichen. Genau. Und jetzt muss ich natürlich meine eigene Domain verbinden. Dafür klicke ich einfach Speichern und Fortfahren. Und jetzt, weil ich natürlich noch keinen eigenen Domainnamen kenne, weil ich ja so unkreativ bin, habe ich natürlich ChatGTP gefragt, dass es mir hier so eine steuer-weber.com vorschlägt als Domain. Das kann ich dann hier eingeben. Gucken, ob die noch frei ist. Das ist noch frei. Dann könnte ich mir die Domain sichern. Da müsste ich jetzt für upgraden, um die Seite eben live zu schalten. Man kann das unter so einer Dummy-Domain auch live schalten. Aber wenn ihr jetzt Steuerberatung zum Beispiel macht, wollt ihr ja professionell unter eurer eigenen Domain auftauchen. Und dann könntet ihr hier im Leitpaket das Ganze starten für 13,09 Euro im Monat. Und dann wäre die Seite live. Ja, das waren jetzt fünf Minuten, wie man so eine Webseite relativ schnell erstellen kann. Mir ist auch klar, man muss das natürlich kontrollieren. Die Texte einmal alle durchlesen, die eigenen Bilder überall einfügen. Aber die Seite wäre jetzt live. Das Thema Steuerberatung ist drin. Und die Leute könnten mich kontaktieren. Und damit ist ja schon der Sinn und Zweck von der Webseite erst mal erfüllt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und gerne einen Daumen hoch da lassen. Bis dann.